Maria, dich lieben ist allzeit mein Sinn, dir wurde die Fülle der Gnaden verliehn. Du Jungfrau, auf dich hat der Geist sich gesenkt. Du Mutter, hast uns den Erlöser geschenkt. Dein Herz war der Liebe, des Höchstallgeweid. Du warst für die Botschaft des Engels bereit. Du sprachst mir geschehe, wie du es gesagt. Dem Herrn will ich dienen, ich bin seine Magd. Du Frau aus dem Volke, von Gott aus Ersehen. Dem Eiland auf Erden zur Seite zu stehen. Könnst Arbeit und Sorge ums tägliche Brot. Die Müsl des Lebens in Armut und Not. Du hast unterm Kreuze auf Jesus geschaut. Er hat dir den Jüngern als umarm vertraut. Du Mutter der Schmerzen, o mach uns bereit. Bei Jesus zu stehen, in Kreuz und in Leid. Er hat dir den Jüngern als umarmel. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 und Frau Gallhofer begrüßen, die den Rosenkranz-Sühne-Kreuzzug bereits seit 45 Jahren hier ins Heiligtum unserer lieben Frau von Einsiedeln führen. Besonders möchte ich Abt Marco Spanier begrüßen. Er ist der Abt der Abtei Marienberg aus dem Südtirol. Das tönt nach weit weg, aber er ist der Abt einer Abtei, die zur Schweizer Benediktiner Kongregation gehört. Er ist also quasi hier zu Hause und ich freue mich, dass du hier mit all den Menschen Eucharistie feierst. Der Rosenkranz-Sühne-Kreuzzug kommt jeweils hierher, um die Regina Pazis zu feiern, die Friedenskönigin Maria. Möge auf ihre Fürsprache nicht nur Friede einziehen in den Ländern des Krieges wie die Ukraine, sondern auch in unseren Herzen. Möge das jetzt geschehen, wenn wir uns auf diese Begegnung mit dem Herrn vorbereiten. Vielen Dank, lieber Abt Urban, für die freundlichen Worte der Begrüßung. Ich bin heute sehr gerne hier an diesem Tag bei der Gnadenmutter von Einsiedeln. Auch meinerseits Ihnen ein herzliches Willkommen, Wollen wir uns zu Beginn dieser heiligen Feier bereiten und den Herrn im Kyrie in unserer Mitte willkommen heißen. Erbarme dich, Herr, unser Gott, erbarme dich. Wir haben vor dir gesündigt. Erweise, Herr, uns deine Huld. Und schenke uns dein Heil. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden. Gewähre uns der allmächtige und bütige Herr. Amen. Wir stimmen ins Gloria ein mit der Nummer 80. Musik. Lasst uns gut den Hamburg singen, O Herr Freund, lasst uns heut Ehre und Dank ihm bringen. Heilbart uns in Christi Namen. Du rumpreist, Sohn und Geist, mit dem Vater. Amen. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, Gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Höre auf die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria und führe uns durch sein Leiden und Kreuz, der einst zur Herrlichkeit der Auferstehung. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte Als Jesus in den Himmel aufgenommen war, kehrten die Apostel vom Ölberg, der nur einen Sabbatweg von Jerusalem entfernt ist, nach Jerusalem zurück. Als sie in die Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach hinauf, wo sie nun ständig blieben. Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomeus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Simon der Zelot, sowie Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und mit Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Wort des lebendigen Gottes. Dankeschön. Als Antwort auf die Lesung singen wir den Kehrvers bei Nummer 85, 7. Lobet den Arm preist seine Huld und Treue, Lobet den Arm preist seine Huld und Treue, singet dem Herrn ein neues Lied, denn er hat wunderbare Toten vollbracht. Er hat mit seinen Rechten geholfen und mit seinem heiligen Arm. Lobet den Arm preist seine Huld und Treue, der Herr hat bekannt gemacht. Der Herr hat bekannt gemacht sein Heil und sein gerechtes Wirken enthüllt vor den Augen der Völker. Er dachte an seine Huld und an seine Huld und Treue, und an seine Treue zum Hause Israel. Lobet den Arm preist seine Huld und Treue, alle Enten der Erde. Alle Enten der Erde seien das Heil unseres Gottes. Ja, aus vor dem Herrn, alle Länder der Erde, freut euch, jubelt und singt. Lobet den Arm preist seine Huld und Treue, und singt. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Selig dir das Wort Gottes hören und es befolgen. Alleluia, 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 Alleluia. Nach Lukas. Wir gerissen dir, Lukas. In jener Zeit wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen. Einen Sohn wirst du gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen. Und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne. Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Lob sei der Christus. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Gott, 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 Gott. Gott, 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 Gott. Verehrter lieber Pater Benno, liebe Frau Gallhofer, Schwestern und Brüder im Herrn. Das heutige Rosenkranzfest wurde zum Dank für den Sieg über die türkische Flotte bei Lepanto eingeführt. Mehr als der Kriegskunst des Juan d'Austria hat man diesen Sieg der christlichen Flotte dem inständigen Rosenkranzgebet zugeschrieben. Vier Jahrhunderte sind inzwischen vergangen. Die Welt hat sich verändert. Wenn die Menschen von damals heute zu uns kämen, sie würden nur so staunen, was da alles anders geworden ist. Und doch gibt es auch Vergleichbares. Auch wir leben in einer Zeit mit großen und vielfältigen Nöten. Schauen wir uns nur in der Welt um. Da leben ganze Völker in Hunger und Elend. Da gibt es Regionen, in denen die Waffen einfach nicht zur Ruhe kommen und die Menschen ihres Lebens nicht sicher sein können. Diese Nöte sind teils weit weg von uns. Und doch sind sie vor unserer Haustüre. Wenn wir an den Ukraine-Krieg denken, mit all den Volken, die Europa vor enorme Herausforderungen stellt. Damit einhergehend macht sich auch zunehmend Armut breit. Auch Ängste sind da wegen des ungewissen Ausgangs des Ukraine-Krieges mit Blick auf die vorgestern offiziell annektierten ukrainischen Gebiete durch Russland. Werfen wir unseren Blick auf das kirchliche Leben. Da stoßen wir bald auf geistliche Nöte. Die Zahl der Gottesdienstbesucher, der Priester und Ordensleute sind beträchtlich zurückgegangen. Doch die eigentlichen Probleme, Schwestern und Brüder, stehen hinter diesen Zahlen. Wir müssen uns fragen, haben wir noch die Kraft, einen lebendigen Glauben an die junge Generation weiterzugeben? Sind wir etwa dabei, unser kostbares christliches Erbe verkommen zu lassen? In unserer Gesellschaft nimmt Gott nicht mehr den Platz ein, der ihm gebührt. Und wir selbst müssen uns fragen, ist in unserem eigenen Leben Gott wirklich die alles prägende Mitte? Ein schwaches Christentum hat keine Zukunft. Das ist die geistliche Not, die uns herausfordert und der wir uns stellen müssen. Das sind die eigentlichen Probleme. Um hier Abhilfe zu schaffen, werden Strategien entwickelt, Programme entworfen, die essentiell nicht viel weiterbringen. Denken wir konkret an den Synodalen Weg in Deutschland und ich sage das als deutscher Staatsbürger. An den Synodalen Weg in Deutschland, deren Mitglieder, zumindest ein Großteil davon, sich der irrigen Meinung hingibt, dass der Glaubensschwund und die hohen Austrittszahlen allein an den angeblich veralteten Strukturen der katholischen Kirche läge. Doch hilft das wirklich weiter? Schauen wir auf Maria, wie es in früheren Zeiten die Menschen getan haben. Daran hat sich auch nach 400 Jahren nichts geändert. Sie legt uns ans Herz, was sie den Dienern bei der Hochzeit von Kana gesagt hat. Was er euch sagt, das tut. In den Herzen, Schwestern und Brüder, fallen die Entscheidungen, bei denen es um unser Heil geht. Unser Herz ist das Kampffeld, auf dem die Schlacht gewonnen oder verloren wird. Das zeigt uns unübersehbar die Heilsgeschichte. Schon am Anfang im Paradies kommt die Sünde in die Welt durch den Ungehorsam der Stammeltern, die sich über das Gebot Gottes hinwegsetzten. Und mit der Sünde kam der Tod in die Welt, so bei Apostel Paulus im fünften Kapitel des Römerbriefes. Durch den Gehorsam Jesu kommt die Erlösung in die Welt. Am Ölberg betet Jesus zum Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Durch seinen Gehorsam, der ihn in den Tod am Kreuz führt, hat Jesus gesiegt und der Welt das Heil gebracht. Wie Eva mit Adam im Ungehorsam vereint war, so war Maria unter dem Kreuz im Gehorsam mit Jesus vereint. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast, antwortet sie dem Engel. Und dieses Fiat, Schwestern und Brüder, das Ja-Wort bei der Verkündigung löst sie ein unter dem Kreuz des Herrn. Die Schlachten, in denen es um unser Heil geht, werden auch heute in den Herzen gewonnen oder verloren. In ihnen geht es darum, auf Jesus zu hören und seinen Willen zu tun. Dazu ruft uns Maria auf. Was er euch sagt, das tut. Wir müssen darum still werden im Lärm der Welt und auch den Lärm in unseren Herzen zum Schweigen bringen. Nur so werden wir fähig, seine Stimme zu hören. Dabei müssen wir ehrlich und offen hinhören. Warum? Denn zu leicht halten wir unsere Meinung für seinen Willen. Verwechseln unsere Absichten mit seinen Plänen. Dann gilt es zu tun, was er uns sagt. In unserem Gehorsam wird unser Glaube Wirklichkeit. Der Glaubensgehorsam, von dem der heilige Paulus in Römer 1,5 spricht, den wir im Herzen vollziehen, muss schließlich zur Tat werden und unser Leben bestimmen. Andernfalls bleibt er fruchtlos. Das ist die Aufgabe eines jeden und zugleich unsere gemeinsame Aufgabe. Miteinander müssen wir uns einsetzen, dass unser kostbares christliches Erbe nicht verkommt und der Glaube dort, wo wir hingestellt sind, nicht schwach wird, verwelkt, ja gar abstirbt. Doch, Schwestern und Brüder, ist das nicht etwas zu hoch gegriffen? Wir sind doch mittlerweile eine Minderheit. Der Wind weht uns von allen Seiten ins Gesicht. Nein, Minderheiten werden sie zur Mehrheit, wenn sie nur genügend Kraft aufbringen und sich nicht entmutigen lassen. Am Anfang waren es auch nur zwölf und wohin die Kirche im Lauf ihrer Geschichte kam, hat sie immer mit wenigen begonnen. Der heilige Benedikt begann auch mit ganz wenigen Mönchen. Schwestern und Brüder, wir haben eine unerschöpfliche Kraftquelle. Das ist Jesus Christus. Aus seinem durchstochenen Herzen fließt das Wasser des Lebens auch heute. Und dieses Wasser vermag sogar eine Wüste in eine blühende Landschaft zu verwandeln. Denn dieses Wasser ist Gottes Geist, der lebendig macht und das Angesicht der Erde erneuert. Maria stand unter dem Kreuz ihres Sohnes. Aus seinem durchstochenen Herzen hat sie die Kraft des lebensspendenden Gottesgeistes empfangen und ist so an der Seite des am Kreuz siegenden Herrn, die heilige Maria, vom Siegel geworden. Stellen auch wir uns mit Maria unter das Kreuz und schöpfen wir aus dem Herzen Jesu das Wasser des Lebens, seinen lebensspendenden Geist. In seiner Kraft dürfen wir mithelfen, dass der Glaube lebt und die Kirche unserer Tage zu einer blühenden Landschaft wird. Eine große Hilfe und Kraftquelle, Schwestern und Brüder, ist das Rosenkranzgebet, das ich Ihnen vor allem jetzt im Oktober ans Herz lege. Lassen Sie sich auf keinen Fall entmutigen, wenn Ihre Gedanken bei den vielen Wiederholungen abschweifen. Denn wer 53 Mal das Gegrüßet, seist du Maria, betet, kann nicht mit jedem Wort bei der Sache sein. Das ist auch gar nicht nötig, da das häufige Wiederholen des gleichen Gebetes dazu dient, zunächst beim Beten zur Ruhe zu kommen und eine meditative Atmosphäre zu schaffen, um letztlich im Betrachten der einzelnen Rosenkranzgeheimnisse immer mehr Schritt für Schritt Christus ähnlicher zu werden. Amen. Bitten wir zusammen das Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, stiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich blaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Herr Jesus Christus, vereint mit der Fürsprache deiner heiligen Mutter, der Rosenkranzkönigin, sagen wir dir unsere Anliegen. Lass die Heiligen Bruder Klaus und Meinrad Fürsprecher sein um den Frieden in Kirche und Welt, besonders in der Ukraine. Christus höre uns. Christus höre uns. Gib, dass die Corona-Pandemie und all ihre Auswirkungen mit deiner Hilfe und durch unsere Achtsamkeit eingedämmt werden kann. Christus höre uns. Christus höre uns. Segne die Ehen und Familien unserer Heimat und schenke uns gute Priester und Ordensberufe. Christus höre uns. Christus höre uns. Schenke den jungen Menschen Orientierung für ihr Leben. Christus höre uns. Christus höre uns. Gib, dass alle, die den Rosenkranz beten, sich um die Betrachtung deines Lebens, Leidens und deiner Verherrlichung bemühen. Christus höre uns. Christus höre uns. Stehe allen Kranken, Einsamen und Leidenden ganz besonders bei und segne alle, die heute nicht nach Einsiedeln kommen konnten. Christus höre uns. Christus höre uns. Nimm unsere Verstorbenen auf in deine Herrlichkeit und lass sie für uns Fürsprecher sein. Christus höre uns. Christus höre uns. Guter Gott, lass uns deine Güte immer wieder erfahren und dich dafür preisen. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Zur Gabenbereitung singen wir das Lied Nummer 763. Und das Opfer wird aufgenommen für alle Aufgaben der Klostergemeinschaft hier in Einsiedeln, auch für alle Pilger, die hierher kommen. Amen. Maria, breit dein Mantel aus, mach Schirm und Schild für uns daraus. Lasst uns darunter sicher stehen, bis alle Stürm vorübergehen. Patronin voller Güte, uns aller Zeit behüte. Dein Mantel ist sehr weit und breit, er deckt. Er deckt die ganze Christenheit, er deckt die weite, weite Welt, ist aller Zuflucht und gezählt. Patronin voller Güte, Patronin voller Güte, uns aller Zeit behüte. Patronin voller Güte, und des Zuflucht und Schild Amen. 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 Herr und Gott, hilf uns, dass wir in der Nachfolge deines Sohnes eine wohlgefällige Gabe für dich werden. Und lass uns die Geheimnisse unseres Heils so feiern, dass wir erlangen, was uns Christus verheißen hat, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen, wir loben sie, mein Herr. Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott, das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, für die Erwählung der seligen Jungfrau Maria zu danken und mit ihr das Werk deiner Gnade zu rühmen. Du hast an der ganzen Schöpfung Großes getan und allen Menschen Barmherzigkeit erwiesen. Denn du hast geschaut auf die Niedrigkeit deiner Magd und durch sie der Welt den Heiland geschenkt. Deinen Sohn, unseren Herrn, Jesus Christus. Durch ihn preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Heiliger, du Gott der Scharen, O Samma, dir in der Höhe, der du herrschest vom höchsten Throne. O Samma, dir in der Höhe, deiner Herrlichkeit voll sind Himmel. мал und Erde, O Samma, dir in der Höhe, O Samma, dir in der Höhe, hoch gelobt, der da kommt im Namen des Herres, O Samma, dir in der Höhe, Oh, oh, oh. Mit unserem Bischof Bonemann und mit allen, die Sorge tragen für den rechten katholischen und apostolischen Glauben. Schenke deiner Kirche Frieden und Einheit, behüte und leite sie auf der ganzen Erde. Schenke deiner Diener und Dienerinnen, für die wir heute besonders beten und aller, die hier versammelt sind. Herr, du kennst deren Glauben und ihre Hingabe. Für sie bringen wir dieses Opfer des Lobes dar und sie selber weinest dir für sich und für alle, die ihnen verbunden sind. Für ihre Lösung und für ihre Hoffnung auf das unverlierbare Heil. Vor dich, den ewigen, lebendigen und wahren Gott, bringen sie ihre Gebete und Gaben. In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche gedenken wir deiner Heiligen. Wir ehren vor allem Maria, die glorreiche, allzeitjungfäuliche Mutter unseres Herrn und Gottes, Jesus Christus. Wir ehren ihren Bräutigam, den heiligen Josef, deine heiligen Apostel und Märtyrer, Petrus und Paulus, Andreas und alle deine Heiligen. Blicke auf ihr heiliges Leben und Sterben und gewähre uns auf ihre Fürsprache, Hilfe und Schutz. Nimm gnädig an, oh Gott, diese Gaben deiner Diener und deiner ganzen Gemeinde. Ordne unsere Tage in deinem Frieden. Rette uns vor dem ewigen Verderben und nimm uns auf in die Schar deiner Erwählten. Schenke, oh Gott, diesen Gaben, Segen in Fülle und nimm sie zu eigen an. Mache sie uns zum wahren Opfer im Geiste, das dir wohl gefällt, zum Leib und Blut deines geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Am Abend vor seinem Leiden nahm er das Brot in seine heiligen und ehrwürdigen Hände. Er hob die Augen zum Himmel, zu dir, seinem Vater, dem allmächtigen Gott, sagte dir Lob und Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach, Nehmt und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl diesen erhabenen Kelch in seine heiligen und ehrwürdigen Hände, sagte dir Lob und Dank, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach, Nehmt und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens, Deine Todur, Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Gönlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir deine Diener und dein heiliges Volk, das Gedächtnis deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine Auferstehung von den Toten und seine glorreiche Himmelfahrt. So bringen wir aus den Gaben, die du uns geschenkt hast, dir, dem erhabenen Gott, die reine, heilige und makellose Opfergabe dar, das Brot des Lebens und den Kelch des ewigen Heiles. Blicke versöhnt und gütig darauf nieder und nimm sie an, wie einst die Gaben deines gerechten Dieners Abel, wie das Opfer unseres Vaters Abraham, wie die heilige Gabe, das reine Opfer deines Hohenpriesters Melchizedek. Wir bitten dich, allmächtiger Gott, dein heiliger Engel, trage diese Opfergabe auf deinen himmlischen Altar vor deine göttliche Herrlichkeit. Und wenn wir durch unsere Teilnahme am Altar den heiligen Leib und das Blut deines Sohnes empfangen, erfülle uns mit aller Gnade und allem Segen des Himmels. Gedenke auch deiner Diener und Dienerinnen, die uns vorausgegangen sind, bezeichnet mit dem Siegel des Glaubens und die nun ruhen in Frieden. Wir bitten dich, führe sie und alle, die in Christus entschlafen sind, in das Land der Verheißung, des Lichtes und des Friedens. Auch uns, deinen sündigen Dienern, die auf deine reiche Barmherzigkeit hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft mit deinen heiligen Aposteln und Märtyrern, Johannes, Stephanus, Matthias, Barnabas und mit allen deinen Heiligen. Wäge nicht unser Verdienst, sondern schenke gnädig Verzeihung und gib uns mit ihnen das Erbe des Himmels. Darum bitten wir dich, du unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn erschaffst du immerfort all diese guten Gaben und gibst ihnen Weihe und spendest sie uns. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott ein mächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen. In der Taufe haben wir alle den einen Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht, deshalb dürfen wir voll Vertrauen sprechen. Vater, unser im Himmel, der Heiligkeit, dein Name, dein Reitkommen, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus erwarten. Denn ein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Zu seinen Aposteln hat der Herr gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben der hier versammelten Gemeinde und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch und mit deinem Geiste. Das ist auch mit dir. Wir singen bei Nummer 128. Christe, du Lamm Gottes, Du trägst der Welt schuld, erbarm dich und sagt, Christe, du Lamm Gottes, du trägst der Welt schuld, Erbarm dich und sagt, Christe, du Lamm Gottes, du trägst der Welt schuld, gib uns den Frieden. Seht, das ist das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Herr, ich bin nicht. Dass du eingehst unter mein Dach, aber ich sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kostet und seht, wie gut der Herr ist. Allen wird heil, die ihm vertrauen. Der Leib des Mood, Christi. Dann v Amen. 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 Herr Jesus Christus, du bist das Brot des Lebens und der einzige wahre Weinstock. Ich glaube, dass du wirklich anwesend bist im heiligsten Sakrament der Eucharistie. Ich suche dich. Ich preise dich und bete dich an. Da ich dich nicht empfangen kann im eucharistischen Brot und Wein, bete ich, dass du in mein Herz und meine Seele kommst, damit ich mit dir vereint sein kann durch deinen allmächtigen und allgegenwärtigen Heiligen Geist. Lass mich dich empfangen und von dir genährt werden. Werde für mich das Manna in meiner Wüste, das Brot der Engel für meine sehr menschliche Reise durch die Zeit, ein Vorgeschmack auf das himmlische Festmahl und Trost in der Stunde meines Todes. Ich erbitte all dies im Vertrauen darauf, dass du selbst unser Leben, unser Friede und unsere immerwährende Freude bist. Amen. 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 Herr unser Gott, in der Feier des Opfers verkünden wir den Tod und die Auferstehung deines Sohnes. Da wir im Leiden mit ihm vereint sind, richte uns auf durch die Kraft seines Kreuzes und gib uns Anteil der einst an seiner ewigen Herrlichkeit. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wir singen bei Nummer 758, erste und zweite Strophe. Begrüßet seist du, Königin, O Maria. Musik Begrüßet seist du, Königin, O Maria. Begrüßet seist du, Königin, O Maria. Musik Begrüßet seist du, Königin, O Maria. Figittin, O Maria. Begrüßet seist du, Königin, O Maria. Begrüßet seist du, Königin, O Maria. Soli, Regina. Der Herr sei mit euch und mit deinen Geistern. Der Name des Herrn sei gepriesen. Von nun an bis in Ewigkeit. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Der Himmel und Erde erschaffen hat. Und der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Komm über euch und unser Land und sei mit euch alle Zeit. Amen. Ihnen allen noch einen gesegneten Tag hier in Maria einsiedeln. Geht hin in Frieden, Halleluja, Halleluja. Tag, sei Gott, der Herr, Halleluja, Halleluja, Halleluja. In der Nähe des Kekkalbner Wirk Amen. 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 Amen.